So, ich bin jetzt hier in Santa Barbara. Letzten Abend. Das ist mein Tag, der 1. Mai 2016. Ich bin hier in Piroune, hier im Hafen. Das Wetter ist leicht bewölkt. 15 Jahre. Ja, das ist leider mein letzter Abend hier. Morgen geht es dann auf L.A. Dann ist der Flughafenflieger. Tschüss! Darum das letzte Mal liebe Grüße aus den USA. Da ist Santa Barbara.